Hey Leute, was geht? Hier ist wieder die Piosche mit einem brandneuen Part von Super Mario 64. Im letzten Part haben wir erfolgreich die Wüste abgeschlossen, haben dann noch über ein neues Spiel rausgekommen, was Playtonic demnächst macht. Und heute werden wir uns wahrscheinlich die grüne Giftgrotte widmen. Ja, okay, hast du noch einen Stern für mich? Nee, okay. Hatten wir wahrscheinlich schon vorgeholt. Wir gehen jetzt erstmal in die grüne Giftgrotte rein, um uns erstmal die grüne Kappe zu holen, die wir wahrscheinlich erstmal später gebrauchen. Aber, ja, wir haben heute auch noch ein Thema, definitiv heute noch ein Thema, nämlich warum man sich gewisse Spiele kauft. Ja, und, wir haben perfekt eingelocht, wie man hier sehen kann. Fängt ja schon mal gut an in dem Part von daher. Passt das schon. Gut, auf jeden Fall muss man halt bedenken, gibt es halt viele Gründe, warum man sich halt so ein Spiel kauft. Der, ja, okay, ein Grund ist, ähm, man sieht halt so Trailer vom Spiel und denkt sich, oh, geil ist das. Man hört, oder man hört von Freunden hier, oder man will mit Freunden irgendein Spiel zusammen spielen. Und, ja, lol, äh, okay. Sagen wir, nix zu der HP-Regeneration ist, glaube ich, ein kleiner Klisch gewesen. Oder ein Spielfehler. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, hm, ja, ja, gibt es halt auch Spiele, die halt, äh, ziemlich overhyped sind und, ja, hm, gewisse Publisher haben halt so einen bestimmten Ruf, etc. Und, ja, es kommt ja eigentlich alles, äh, zusammen und insgesamt kann man eigentlich sagen, ja, man, hm, hm, was soll man dazu sagen? Naja, eigentlich dachte ich mir, das wäre jetzt ein geiles Thema, was du da ansprechen kannst, aber ich kriege ja irgendwie gerade nix wirklich darüber raus. Aber, vielleicht kann ja Nessie uns noch ein bisschen helfen bei der Sache hier. Hey, Nessie, bringst du uns mal kurz eben schnell hin? Ja, danke, danke. Gut, ähm, auf jeden Fall, in nächster, ja, hm, gibt es halt Spiele, die halt Leute nicht mögen. Ein paar finden die halt overhyped oder, oder halt nicht gewürdigt oder sonstiges. Ja, und Nessie, bitte, Nessie, dreh dich bitte um, dreh dich, oh, danke, Nessie, du bist, bist saulieb. Du sollst mich nicht ertränken. Mein Gott, Nessie, was soll denn der Müll? Gut, hier, nochmal, ja, Tiermisshandlung hier in Super Mario 64. Äh, oh, scheiße. Gut, ich bin scheiße, das stimmt schon, gut. Was? Lalalalalala, mein Gott, nee. Nessie, bitte, funktionier jetzt. Soll es ja funktionieren wie ein, äh, wie ein, ja, irgendwas, was funktioniert. Aber anscheinend funktioniert das hier nicht, ne? Gut. Hallo, Nessie, dreh dich bitte, wäre cool. So, und jetzt aber, oh, mein Gott. Gut, dann kann ich auch mit dem Thema weitermachen. Ja, zum Beispiel gibt es halt Ja, manche Gerüchte Ja, okay Man sagt sich ja halt zum Beispiel, dass Nintendo halt immer Eine Kinderkonsole ist Ja, hm Oder dass COD halt nur Irgendwelche kleinen Kindies spielt Oder sonst was Ja, obwohl Ja, okay Na, ich will ja eigentlich nicht so wirklich dazu was sagen Ansonsten kommen wieder irgendwelche Leute Hey, du magst COD nicht Der bist so ein Arschloch Oh Gott, ne Aber jeden Design Ach ja, wieder mal was Ja, der kleine Flame mal rausgeholt Oh, scheiße Äh, ja, okay Eigentlich kann man noch sagen, ich bin scheiße gerade Mein Gott, wie scheiße spielst du eigentlich? Du kannst überhaupt nichts Ja, ähm, tut mir leid Hallo Ah ja, okay Ja, okay Ich muss halt zuerst bei meinem Gamepad halt da was drücken Damit er richtig funktioniert So, und Die Ja, Metallkappe ist eigentlich recht praktisch hierbei Sich die schnell mal diese acht roten Münzen zu schnappen Die hier unten sind Und der Stern ist sogar da hinten Cool Ach ja Die Kappe werden wir wahrscheinlich später noch recht viel brauchen Von daher ist es eigentlich recht praktisch, dass wir die jetzt schon mal geholt haben In der grünen Giftgrotte ist es halt so, dass, ja Man die Sterne halt schnell kriegt Und, ja Von daher wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern Bis wir es haben Das einzige, was eventuell länger dauern wird Ist wahrscheinlich der 100 Münzstern Aber sonst Müsste eigentlich alles recht cool sein Jo, und Wir fangen eigentlich glaube ich am besten auch gleich mit den 100 Münzstern an Warum auch nicht Kann ja nicht schaden Das verbinden wir wahrscheinlich am besten Später dann auch mit den Roten Münzen Aber wir schnappen uns erstmal die Spinne Weil die gibt uns ja noch 3 Münzen Von daher Hm Aber, ja Warum spielt man eigentlich gewisse Spiele? Hm Ja, da hatte ich ja schon mal angefangen Nein Ja, das spiele ich auf jeden Fall, weil ich gerne feile Ach ja Wir lieben Wir lieben es Oh Gott Ach nee Ich feile gerne in solchen Spielen Von daher Müsste eigentlich damit rechnen, dass ich noch mehr feile Gut So Auf jeden Fall Hat man halt in seiner Kindheit andere Spiele gespielt Ich zum Beispiel hatte Hm Früher eigentlich auch Recht viel mit Nintendo zu tun Gameboy ETC Aber ich hatte auch Hm Hm Später auch noch mal so CS gespielt Oder Ja Oder mal WoW Was ein bisschen länger gedauert hat Damals hatte mich halt so Ein Kumpel Ja Wollte halt, dass ich mit ihm das Spiel spiele Ja Hm Und so kam das dazu, dass ich das WoW gespielt habe Und ja Und nach so einer Zeit Kann man eigentlich nicht mehr mit dem Spiel aufhören Und das ist halt etwas größeres Problem Was man hier hat Und was halt ein bisschen doof ist Meiner Meinung nach Ja Los Spinni Wie geht's halt das aus? Gut Auf jeden Fall bedenkt man halt auch Dass halt meistens immer recht viel Ja so Bekannte oder Freunde Die das Spiel spielen Und Also das ist Gruppenzugehörigkeit Gehört meistens auch dazu Warum man sich ein Spiel holt Ja aber Was ich öfters mal gehört habe Na diesmal muss ich leider doch mal über COD sprechen Höre ich öfters Dass es eigentlich von Jahr zu Jahr irgendwie immer schlechter wird Ihr könnt mir natürlich eure Meinung dazu Geben Ob ihr das COD Ja Besser findet Oder ob das immer noch Ob das wirklich halt immer schlechter wird Das könnt ihr mir natürlich schreiben Ich lass meine Meinung da jetzt erstmal raus Äh Ja Weil Ich will ja keinen meine Meinung aufbinden Von daher Passt das eigentlich auch schon Und warum fahre ich eigentlich gerade so Scheiße mit den Dingen Ah Ist immer so eine nervige Sache mit diesen Ah ich muss so bedanken Warten Warten mal kurz Äh Ich hab glaube ich Oh mir fällt gerade was auf Ich hab ja eigentlich glaube ich Die Vier rot Ja vier roten Münzen Die ich hier unten hab Hm Gut Dann müssten wir eigentlich nochmal nach oben Von daher Hm Fahre ich mal kurz da hinten hin Wer hätte das wahrscheinlich auch anders lösen können Aber Wird schon irgendwie klappen Gut Ja Klappt sogar Man sieht's ja Es klappt richtig gut Gut Hallo Mach doch mal den verwegten Wandsprung Hallo Mario Bist du so inkompetent dazu Oder was Mein Gott Ach ja Mario Ach der ist immer böse So böse Mann Hack nicht auf Mario Um Der ist der geilste Ach ich mag Mario nicht so wirklich Vom Charakter her Der ist ja dafür zuständig Die ganzen Yoshis Töten Oh Mann Der ist so böse Oh Gott So Du gehst jetzt mal kaputt Ach ja Eine geschütte Fahrt Auf den Domino Express Domino Day Oh Gott Ach ja Das kann je was werden Oh Gott Eine rote Münze Yay So geil Und es ist überhaupt nicht langweilig Hier die ganze Zeit rumzufahren Hm Ne überhaupt nicht Ist da eine Fledermaus Oh hallo Och Mist Jetzt hab ich Laylee gekillt Wie kann ich sowas tun Ich bin so böse Okay Auf jeden Fall haben wir zumindest schon mal den roten Münzstern freigeschaltet Von daher Kümmern wir uns jetzt um die andere Münzen Man kann hier übrigens den Schaden ab Abwenden Wenn man halt vor noch B drückt Von daher Ist das eigentlich recht geschällig Gut Hier holen wir uns die Münzen Und gehen dann einfach mal Abmarsch in Ja Die Giftareal Hier Hier lohnt sich da auf jeden Fall auch noch die Metallkappe mitzunehmen Dann nehmen wir natürlich keinen Schaden mehr Und das ist eigentlich recht praktisch Von daher Gönnen wir uns die mal einfach mal So Und hier müssen wir mal kurz gucken Wo die blauen Münzen auftauchen Äh Hier auf jeden Fall nicht Ach da Die Richtung Shit Nein Oh Gott nicht Ich hoffe es reicht überhaupt noch für 100 Münzstern Weil sonst haben wir ein echtes Problem Ja Das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen Warum sind hier noch Münzen Okay Okay Hä Wir haben ein Problemchen Ich hätte mich vorher gucken sollen Wo das Ding ist Das ist aber ein echtes Problem Gut Aber auf jeden Fall nehmen wir uns Jede Münze mit Die wir brauchen Jetzt muss ich mich mal ein bisschen konzentrieren Dass ich hier auch alles mitnehme Ja das ist doof Das ist wirklich doof Aber Hm Kann man halt jetzt nichts ändern Tschüss Meine Mauwürfchen Äh Wo bin ich jetzt hier Ach hier bin ich reingekommen Gut So Ich hoffe ich mache jetzt hier keinen Fehler Holen wir noch schnell nochmal eine neue Kappe Und wir müssen halt jetzt einen anderen Weg rausfinden Das müsste eigentlich relativ einfach sein Wir könnten zum Beispiel hier raus Das wäre eigentlich auch noch eine recht coole Idee Ah ja Hier haben wir sogar noch eine Fledermaus Die uns doch wahrscheinlich wieder ein paar Münzen gibt Hallo Komm her Gib mir mal ein paar Münzen Äh Gartner Hab das überhaupt noch reicht Ist die große Frage Ich habe wahrscheinlich ziemlich viele blaue Münzen verloren Und ja Wir müssen da auf jeden Fall Zum Nessis Ding hoch Okay Hier sind wir auf jeden Fall schon wieder Woanders Ah ja Hier gibt es auf jeden Fall Ganz viele Münzen Die wir uns natürlich auch noch schnappen werden Da unten sind wahrscheinlich auch noch welche Hm Müsst du halt gucken Wenn ich hier sterbe Ist das echt bescheiden Na wirklich bescheiden Gut Lass uns dann nochmal kurz wieder zurück Ganz vorsichtig Gott So Auf jeden Fall mal kurz gucken Gut So haben wir zumindest Mein Gott Nein 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 Ich will hier nicht sterben Oh mein Gott Das war jetzt aber wirklich knapp Das hat man wirklich knapp Ah je Hier haben wir auf jeden Fall noch sau viele Münzen Hier ist wahrscheinlich nur ein Pilz drin Ja Ja Wie ich mir schon dachte Hm Ob das überhaupt noch reicht Das ist die große Frage Ich hoffe es reicht Ansonsten haben wir ein echtes Problem Aber wirklich großes Gut Lol Sprungen Denke ich mir zumindest Oder Eigentlich müsste es doch hier richtig sein Ja hier bin ich richtig Gut Wenn wir halt in diese Scheiterpalast gehen sind Und sind wir uns alle wieder weg Und das wollen wir ja nicht Oder wollen wir das Ne ich glaube nicht Von daher machen wir uns aber schnell auf den Weg Wieder nach oben Ja uns fehlt ja noch ein anderer Scheiterpalast Dieser blaue Den kriegen Den machen wir dann später Wenn wir mit dieser Welt hier fertig sind Auf jeden Fall Habe ich mir jetzt am Gedacht Ach nehm einfach mal den Längsten Stern Dann passt das schon Danach kommen eigentlich wahrscheinlich nur noch ganz kleine Ah ja Ah noch 16 Münzen Das ist doof Hm Aber wo kriege ich jetzt noch 16 Münzen her Das ist die große Frage Nur aufpassen Dass man hier nicht Irgendwie kaputt geht Genau aus Denkgrund Oh mein Gott Geschafft Gut Hier haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Gegner Guck mal her Hallo Gut So gib mir deine Münzen Noch 13 Münzen fehlen uns Äh es wird doof Haben wir hier noch irgendwas Ja auf jeden Fall haben wir hier eine Treppe nach unten Hm Hier gibt es ja hier noch ein paar Münzen Oder warten mal Hier waren wir doch oder Ach hier kommen wir hier wieder hin Cheat Jetzt fehlt mir genau diese Münzen Hm Ja jetzt fehlt mir genau diese Münzen Hm Das ist doof Müssen wir halt irgendwie versuchen noch die Gibt es hier nicht noch irgendwie einen Kleinen Keh Na das ist eine Spinne Ne Ach doof Okay Gehen wir mal kurz den anderen Weg Okay Jetzt haben wir ein kleines Problem Ah wirklich ein kleines Problem Ihr habt das mit den blauen Münzen glaube ich verhauen Und äh Das ist kacke Der hat mir wahrscheinlich schon lange den Ja Hm Gut Kommt her Hallo Ach Ignorier mich Gut Da ignori ich dich auch Du kleines Mischtück Okay Äh Ja Gut Ja wir haben Wir haben zuhauen Gut Hä Wir haben uns extrem verhauen Gut Mir fehlen die blauen Münzen Bzw. ich weiß jetzt nicht wo jetzt hier noch was sein soll Darum springen wir einfach mal hier wieder zurück Ach man das ist doof Gut Bleibt uns ja nichts anderes übrig Als hier kurz den Stern zu holen Ach man Ach doof 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 Ah wirklich doof Ah man So ein Fail Gut holen wir uns halt noch die anderen Sterne Ich werde es wahrscheinlich rausschneiden Das mit den Ja Dass ich so gefailt habe mit den 100 Münz Sternen Dass wir hier keine Sau sehen Von daher Hm Die haben wir auch sonst keine Sterne geholt Ich hole den Ja Obwohl Hm Man Ja ich werde es wahrscheinlich einfach den 100 Münz Sternen Offscreen holen Ja passt schon irgendwie Ja passt schon Hm Gut Wir kümmern uns jetzt um die anderen Sterne Die wir jetzt hier noch vor uns haben Okay Hier nehme ich mal eine kleine Ab Hallo Oh Ja ich fühle es riskant Gut Und Und Sheet Okay Ich kriege das aber hin Ich kriege das Wow Nicht runterfahren Mario Ah man Gut Gehen wir mal kurz richtig an die Kante Ach man Mario Spring doch mal einfach da hoch Wo ist denn das dämliche Problem Ja die Kamera ist auf jeden Fall echt ein großes Problem Gerade ein großes Problem Gut Ob Und Ui Ach komm Mario Das kann ja nicht angehen hier Das kriegen wir hin Nicht runterfahren Nein Nicht runterfahren Nein Sag dir nicht runterfahren Oh Gott ich hab's geschafft Okay Autsch Gut Autsch Gut Holen wir uns noch schnell die Münzen Ah geh mir eben zu Nessie Wenn das jetzt hier nicht klappt Mein Gott Ich stelle mich heute auch echt an Ja Doof 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 Ganz doof Juhu Abwärts Gut Springen wir mal hier runter Gut Ach ja Die Ja Hätte ich die paar blauen Münzen gehabt Hätten wir uns locker den 100 Münzstern gehabt Aber nee Ich musste ja unbedingt fail Das Das bezüglich Gut Hier gibt es nämlich noch einen Trick Man kann halt hier eine Stampfattacke machen Ah Ja Man muss es aber auch richtig tun Gut Hui Und Zack Hallo Ah ich Ich muss ja auch treffen wahrscheinlich Und Ich treffe einfach nicht Und Ja Ich kann gut ziehen Ich kann sehr gut ziehen Man sieht es ja Und Ja was ist denn hier jetzt für ein Lot Ah der will Ich will irgendwie keinen Stampfattacke machen Hallo Hier Ach Okay Man Irgendwas stimmt hier nicht Ah Mario Please Was funktioniert das sonst Immer Bis auf den Schreiter Ja Hallo Nessie Wie geht es Wie geht es aus Warum funktioniert der Schreiter hier nicht Hm Vielleicht muss ich das auch Kurz über das Wasser machen Ich bin auf dem Schreiter eigentlich Verstehe ich gerade nicht Warum das hier nicht funktionieren will Ach Was klappt das doch immer Na Mann Okay Ich gebe es auf Machen wir die später nochmal Machen wir die später nochmal Mein Gott Warum funktioniert der Scheiß auf einmal nicht Hm Doof 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 Gut Dass wir heute zu müssen irgendwas erleben können Will ich noch ein paar Sterne holen Weil sonst Weil sonst Sonst haben wir überhaupt nichts erreicht In der Part irgendwie Wie viele Sterne hatte ich Ich hatte Ich wollte ja am Anfang den 100 Münchstern holen Den hatte ich ja irgendwie Ein bisschen verhauen Und ja Hm Ein bisschen doof heute Gut Aber ich würde mal sagen Wir sehen uns im nächsten Part von Super Mario 64 Bis dann Und Schau Schau Ich bin Ich bin Untertitelung des ZDF, 2020